Heyo Leute, willkommen zu einer Runde Bait Wars 101 gegen den Luca, der nicht mal in meiner Lobby ist. Doch, bin ich. Echt? Ja, ich stehe vor dir. Okay, dann schick mir mal eine Anfrage. Okay, passt. Muss ich wenigstens keinen Cut setzen. Und ja, Luca ist ziemlich schlecht im VP. Das werdet ihr gleich sehen. Er kann nämlich gar nichts. Er ist einfach nur ein Ping-Player. Sag uns mal deinen Ping, Luca. Okay. Sag ich nicht. Doch, sag mal. Doch. 46. Okay, ja. Das ist, wenn er jetzt schlecht ist. Aber sonst ist er denn ein 10er Ping oder so? Ja, ja, klar. Und ja, ähm, schaut bei Luca vorbei, denn er braucht Abonnenten. Er braucht Abonnenten. Nein, Spaß. Aber schaut wirklich bei ihm vorbei. Er ist ein cooler Boy. Hast du nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Wo ist denn hier das Eis? Also. Sorry, wenn ihr meine Mausen zu hören, ne? Aber dafür kann ich nichts. Und ich weiß nicht, wie das weggeht, also. Ist eh besser, ne? Ja, geil. Ich glaube, wir haben drei Brustplatten, Alter. Drei plus Brustplatten? Ja. Ja, das mache ich mir auch meistens, aber dann checke ich. Ich brauche nur eine. Aber für jede Brust braucht man ja eine Platte. Nein, Spaß. So. Bist du schon in der Mitte? Ja, weiß ich nicht, ja. Ja, du? Der war flach, ne, der Witz. Zu flach. So, dann. Bist du schon in der Mitte? Ja, schon lange. Nein, nee. User joined your channel. Ich jucke mich halt. Es wird viel einfach nicht. Ich bin so ein kleiner Hohenzon, Alter. Den nehmen gerade auf. Alter. Ja, scheiße. Wer nimmt auf? Wir. Genau dann kommt der, ne? Was geht, Leute? Ist das nicht so eine Aufnahme? Ja. Ich lasse einfach so. Sehr lustig. Okay. Die Luxe gebe ich dir raus. Wir nehmen die ganze Berien nach. Echt? Bitte ich ziehe raus. Und Luca, ne? Du verlierst, ne? Hast du Lust? Oh, dein Range reicht nicht. Nein, nein. Okay. Ich glaube, das war's mit Luca. Das war's mit Luca. Das war's mit Luca. Ich sage einfach mal, wir spielen noch eine Runde und ich setze uns einfach in den Cut. So, willkommen zurück. Das war's mit Luca. Das war's mit Luca. Das war's mit Luca. Ich sage einfach mal, in der Mitte. Ich bin zur zweiten Runde. Wir machen einfach besser Free. Also wer 2 gewonnen hat von 3. Also wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich ganz gewonnen. Aber ich gewinne sowieso, also. Ne, Luca? Ich sage einfach mal nichts dazu. Okay. Okay. Ähm, Luca, bist du schon in der Mitte? Ja. Ja, genau. Du warst vorher auch nicht in der Mitte. Ich weiß. Nein, du warst nicht. Und ja, die Drugs, ne? Wie ist es so, in der Aufnahme einfach reinzubrechen? Bitte nicht reden. Oh nein, Alter. Warum? Link nicht vergessen. Ja, ja. Alle, die Drugs abonnieren. Nein, alle, die abonnieren. Ne. Mach ich auch. Abonniert alle LucaGamerD auf YouTube. Danke, ja. Oh mein. Oh. Bist du, du bist gerade untergefallen. Richtig der Lappen. Luca hackt mit Pepern. Ja, das schreibe ich gleich in den Titel. Okay, er flyhackt. Ich habe es gerade gesehen, Luca. Luca macht die Bitches drunk. Klar doch. Kannst du bitte gehen, Alter? Luca kann einen Slide anfangen. Hallo. Ja, doch mit dem Jungen, Alter. Ich bin jetzt versteinert. Merk mal, was für ein Lappen, ey. So. Luca, was für eine KT hast du eigentlich auf Common Survival Games? Ich guck doch selber. Nein, komm, sag es für die Aufnahme. Ich weiß echt nicht auswendig. Nicht? Was für was? Ich kann sie beantworten. Okay, was für eine KT? Auf HALF. Auf HALF? Ja, sag mal auf HALF. Okay. Oh nein, Recourse. Luca game HD. 2.000 Punkte. Ah, okay. 2.000 Punkte, das ist nicht richtig bad, Luca, ne? Ja. 800 Tote, 2 Wins, 18 Kills. Das ist bad, Luca. Ich heiße ja nicht mal Luca game HD. Aber wenn ihr mal Luca's Stats in Skywars seht, dann flippt ihr aus. Ja, warum wohl? Luca ist öfters mal runter gefallen. Ne. Aus Zufall. Ich würde sagen, Luca, das war's mit dir, ne? Nein, also tschüss. So. Er liebt einfach. Okay, ich würde mal sagen, ich hab einfach das beste Free gewonnen. Und ja. Ciao, haut rein. Und schaut natürlich beim Luca vorbei und nicht beim Detox vorbeischauen. Und die Werten und Kommentieren nicht vergessen bei Detox. Ciao. Ciao.